Hallo liebe Freunde, heute sprechen wir von der Entsperrung eines USB-Flash-Laufwerks, einer SD-Speicherkarte, einer MicroSD-Speicherkarte oder eines Datenträgers im Falle eines Geräte-Schreibschutzes. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplatten-Analyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn beim Kopieren von Dateien oder beim Formatieren des Geräts die Meldung festladen ist schreibgeschützt oder The Disk is Right Protected angezeigt wird, beeilen Sie sich nicht, das wegzuwerfen. Mal sehen, was in dieser Situation getan werden kann. Sie können ähnliche Fälle Mängungen auf Ihrem Computer oder Laptop oder auf einem Mobiltelefon, Tablet, Fernseher oder Radio erhalten. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Schreibsperre zu entfernen. Einige Modelle von USB-Laufwerken, Speicherkarten und externen Laufwerken können mit Schaltern ausgestattet sein, um das Schreiben des Geräts zu verhindern. Die gebräuchlichsten Schalter dieser Art sind SD-Karten. Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig und überprüfen Sie die Position des Schalters, falls er vorhanden ist. Ihr Gerät ist möglicherweise mit einem Virus infiziert, der die Aufzeichnung oder Formatierung der Festplatte blockiert. Überprüfen Sie es mit Antivirus und behalten Sie es bei Bedarf. Entsperren Sie das Gerät mit Hilfe von der Befehlszeile. Starten Sie die Eingabeaufforderung als Administrator. Geben Sie den Diskpart-Befehl ein und drücken Sie Enter. Geben Sie Listdisk ein und drücken Sie Enter. Suchen Sie die Nummer des Datenträgers, die Ihrem Flashlaufwerk, Ihrer Speicherkarte oder Ihrer Diskette entspricht. Für eine Auswahl richten Sie sich nach einer Größe des Datenträgers. Geben Sie Select Disk und die Nummer des Datenträgers ein, die dem Gerät entspricht und drücken Sie Enter. Geben Sie Attribute Disk Cleared Only ein und drücken Sie Enter. Dadurch wird der Recorder entsperrt. Wir empfehlen außerdem, die Festplatte für weitere Arbeiten zu reinigen und zu formatieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn es keine wichtigen Informationen auf dem Datenträger gibt. Geben Sie sich Clean ein und drücken Sie Enter. Dadurch werden alle Informationen auf dem Gerät gelöscht, einschließlich der Serviceinformationen. Geben Sie Create Partition Primary ein und drücken Sie Enter. Dadurch wird eine neue Partition erstellt. Geben Sie dann Select Partition 1 ein und drücken Sie Enter. Geben Sie Active ein und drücken Sie Enter. Danach wird die neue Partition aktiv. Geben Sie dann das Format FS gleich Fahrt 32 Quick ein und drücken Sie Enter. Dadurch wird das Gerät im FAT32 System formatiert. Geben Sie dann schließlich Assign ein und drücken Sie Enter, um dem USB-Flash einen Datenträger-Buchstaben zuzuweisen. Versuchen Sie noch, den oberen Schritten eine Datei oder einen Ordner auf einem Flash-Laufwerk zu erstellen. Wie wir sehen können, wurde die Sperre erfolgreich aufgehoben. Wenn Ihnen diese Anleitung nicht weitergeholfen hat, lesen Sie in unserem vorherigen Video nach, wie Sie Fälle auf einem USB-Laufwerk beheben können. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!